Ich hoffe, dass der, ähm, Button, Play 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 Button, Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Wir drücken heute wieder auf den Play Button, Dreh Pirouette. Ja, also wir sind wieder da, ist ja klar. Warte, ich muss mal leiser machen wahrscheinlich. Ist ein bisschen laut. So spannend. So. Boah, Energy kickt. Boah, wo ist denn jetzt das hier? Also, kann man das nicht leise machen? Ah ja, perfekt. Ah, jetzt. Ist leiser jetzt? Jetzt kann man auch wieder reden. Okay, ich sollte das auch mal aufsetzen. Wird vielleicht Sinn machen. Ja. Ich hab's auch gesagt. Uh. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder einschaltet. Äh. Genau, wir drücken auf den Play Button. Genau. Let's dreh Pirouette, äh, vier? Ich glaube vier. Es könnte auch Teil drei sein. Ne, 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 ist vier. Safe. Sogar schon vier, ja. Safe. Weil beim ersten Mal, hatten wir Last Sam. Dann hatten wir zu Teil zwei, äh, Fracture Smile. Wo sich sogar der Entwickler gemeldet hat. Ja. Mit Layers Ophia. Dann hat man noch mal, ey, Sophia, letztes Mal. Und jetzt wieder Layers Ophia. Weil der Spiel ist halt ein bisschen länger. Wir sind uns sehr hops und macht aber auch sehr viel Spaß. Ja. Junge, was haben wir eigentlich gerade rumgedödelt, alter? Alter. Das haben wir ja für Kasparle Theater betrieben noch, ne? Also nicht, oder? Das war jetzt im Stream. Ja, wir hatten Spaß. Wollten eigentlich schon früher loslegen mit dem Stream, aber irgendwie haben wir dann hier Video Chat mit 30 Leuten. Ja, mein Gänz. Egal, egal. Wir sind jetzt da. Jetzt hast du Platz. Ja, ja. So, dann mache ich das mal eben zu. Dann habe ich auch meine Übersicht. Sehr gut. Das Bild sieht sehr gut aus. Ich hoffe, der Ton passt auch. Genau. Also, Moimi, absolut kruitären Menschen. Schön, dass ihr uns wieder begleitet. Zuletzt Drehpirouetten der Part 4. Schön, dass ihr wieder mit uns leiden wollt. Schön, dass du auch wieder da bist. Ja, immer. Das ist immer lustig, Digga. Ja, das wird mir da. Manchmal hast du mich hier liegen, Alter. Ich schreck mich hier. Ich bin hier voll entspannt. Oh, ach so. Da war jetzt ein Jumpster. Ich weiß auch nicht, wie die das machen, ne? Ja, ich... Ich hab Puls auf 300 Pausen, ne? Und du? Keine Ahnung. Ich hab wieso kein Puls? Ja. Aber ich würde sagen, wir starten den Bums. Ja. Ähm... Kommen wir alles an? Ja. Ja. Jetzt kommt wieder die schöne Musik. Ja. Ey, jetzt bitte nicht wieder der Virenschutz. Gerade hat uns der Hopps genommen. Ja, der Virenschutz hat gesagt. Nee, nee. Nee, nee. Es ist ein Virus. Also es ist wahrscheinlich so präventiv. Wollte mich das schützen. Mein Computer. Also wir sind... Bei welchem Stand sind wir? Ich muss einmal Recap machen. Wer hat das jetzt ein bisschen hergezogen? Ja, ich kann... Wir haben... Es ist schon zwei oder drei bisschen her. Ja. Ja, wo ich auch angeteasert habe. Mit der lieben Dark Bean. Hallo, falls du auch dieses Mal wieder dabei sein solltest. Ein Let's Play aufnehmen möchte mal in naher Zukunft. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Wenn du zuschaust, machst du ja wahrscheinlich auch dir ganz viel Spaß. Und ich freue mich natürlich auch auf deine weiteren Videos. Ich werde dich mal in den Comics verlinken. Na, Dark Bean schaut gerne mal vorbei. Auch ein lieber Mensch, du macht schöne Videos. Ja. In dem Sinne legen wir los. Ja. Oh, die schöne Musik direkt. Erstmal die Lautstärkeregel, ne? Erstmal höher drehen. Boah, bei mir ist wieder volles Ballett, aber so muss das. Ja, das muss... Was hast du gesagt? Ja, genau. Wird gleich direkt passieren. Oder so das schöne Bild, was er erstellt hat. Ja, den zieht es auch am Start. Yo, I remember. Wuiuiui. Stimmt, wir haben ungefähr die Hälfte durchgespielt. Und das war der... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck mal, der geht uns jetzt schon. Der hat jetzt schon gerade noch. Oh, er hat jetzt schon Angst. Warte mal. Irgendwie, ne? Ja, weiß ich nicht genau. Oder von dem Hund vielleicht, haben wir ja schon überlegt. Jo, genau. Und als erstes hat er Haut abgezogen von irgendjemandem. Äh. Das war so das erste. Genau, das ist der Knochen. Äh. Das ist die Haut. Äh. Und das ist das Blut. Äh. Okay. Schau mal. Das war der Stand. Oh. Das sieht auch schon ein bisschen abgeranzter aus. Das sieht toll aus wie bei mir. Ja. Alles schön. Oder wie sein wird nach meinem Geburtstag. Das kann nicht so aussehen. Oh mein Gott. Das wird eine Abbrustparty mit Techno. Oh ja. Oh. Ja. Das gehört. Das ist auch noch am Start. Ja, das finde ich geil. Also das ist stimmungsvoll. Ja. Spiegelbild. Das Scheiße. Das wird mir nicht hinhält. Da oben stand auch noch was. What if you fail? Ja, schauen wir mal. Ich lasse mich nochmal so ein bisschen jetzt. Wir müssen so ein bisschen rein saugen lassen. Etzatla in die Atmosphäre. Ja. Achso. Und natürlich auch bevor ich es wieder vergesse. Natürlich auch nochmal. Machen wir eine Uhr. Ständig Kling Kling. Ich mach das mal eben ab. Vor das. Ja, ist ja so. Ja. Nochmal auch danke für das liebe Feedback. Also ich weiß nicht wie das geht. Also es hatte ich sonst auch nie bei meinen Videos. Das ist die erste Tage das richtig Ballettpferd mit den Views. So. Ja. Und wer von euch da zuschauen mag auch jetzt gerade. Vielen Dank dafür. Also es freut uns natürlich. Wir machen das ja so. Just for fun. Richtig. Ja. Aber es ist natürlich dann nochmal geiler, wenn man merkt so. Hey, da haben auch andere Leute Spaß mit. Und wir tun euch gut. Wir können auch gerne Kommentare teilen. Ja. Denn auch hierfür wird's ne. Ne. Gerne comics da lassen. Likes. Feedback geben. Ähm. Genau. Pling ploing. Und ähm. Also vielen Dank dafür. Also. Wir werden das auf jeden Fall auch öfter noch machen. Ähm. Oh. Das ist eine Tütz. Äh. Das fängt ja schon gut an. Okay. Wir werden es nicht öfter machen. Tschüss. Bye. Bye. Oh mein Gott. Das geht ja krass. Das war die Frau oder? Das war mit Sicherheit die Frau. An der Wand steht auch was. Ignoriere sie. Okay. Ja. Das ist. Sie hatte ja den Unfall. Ja. Sie hatte sich verbrannt. Genau. Und dann. Haben die sich immer mehr distanziert. Also sie haben ja vorher harmonisch mit einer. Beziehung geführt. Warum ist das so ruhig jetzt? Was? Äh. Auf jeden Fall harmonisch. Also sie hat Musik gespielt. Er dabei gezeichnet. Und die hatten auch dieses wunderschöne. Oder er hat von ihr dieses wunderschöne Bild mit dem Seidentuch. Ja. Richtig. Dieses Nachtfoto da. Ja. Was mich tatsächlich an meine Fotos erinnert. Ja. Die ich ja auch schon gemacht habe mit dem brostfarbenen. Ja. Das ist auch schön. Ja. Das sind schöne schöne Erinnerungen die man sich bewahren kann. Ja. Genau. Und dann ist dieser Unfall passiert. Und dann hat er irgendwie das Interesse so ein bisschen nochmal gefordert. Und vielleicht weil es nicht mehr so schön aussieht. Ja. Und er behandelt sie auch schlecht. Sehr schlecht. Sperrt sie ein sogar. Ja. Und ist auch alles andere als. Ja. Sperrt sie ein. So schön. Und dann haben sie ja noch ein kleines Kind. Ja. Was sag ich mit dem? Den ganzen Alkohol. Ich weiß nicht. Wissen wir noch gar nicht. Den Hund hat er ja Hops genommen. Wahrscheinlich. Einfach da erstmal einen Grill gepackt. Er zack. Naja. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall nichts schönes. Ja. Und das Kind wissen wir noch gar nicht. Das erklärt sich bestimmt noch. Wahrscheinlich ja. Und die Frau. Ja. Da war ja auch erstmal. Ja. Dass der Typ hier sagt. Ey. Der Psychologe soll sie gerade biegen. Oder sowas. Das kann ja gar nicht. Das ist ja nicht mal krank. Das hat sie ja auch sogar zugegeben. Ja. Als ob man das irgendwie rückgängig machen könnte was nicht gehen. Es ist halt so. Natürlich ist es schwierig. Aber man kann sich ja da trotzdem. Man kann trotzdem kommunizieren. Richtig. Was nicht passiert ist. Ja. Da war ja so dieses Porträt. Was er glaube ich von ihr auch gezeigt hat. Nach dem Unfall. Genau. Dann irgendwie mit dieser Fratze und Grinsen. Was er da für Worte getroppt hat. Ja. Also er ist nicht gerade nett zu ihr. Und dann meinte ja die Frau. Ich erinnere mich in so einer Notiz. Wenn er mich als Monster haben will. Werde ich zum Monster. Das könnte jetzt auch sein. Ja. Ja. Wir haben auch schon geglaubt. Dass sie eventuell. Dass sie eventuell auch hin und wieder sie. Und dann ihnen spielen. Also dass wir bei der Perspektive. Ja. Auf jeden Fall. Definitiv. Das finde ich auch super cool irgendwie. Das ist auch so ein Fiesler Übergang ist. Ja. Ja. Hm. Hm. Das war sehr nett für dich. Achso. Jetzt melde ich die ganzen Leute wegen dem Anruf. Ja. Alle so. What the fuck just happened. Ja. Alles gut. War. Ja gut. Sieht aus wie verbrannte Haut. Ne. Ist sie nicht hier reingegangen? Ja sie ist hier reingegangen. Aber da ist nichts. Aber vielleicht ist hier in dem Raum noch irgendwas. Äh. Was ist das hier? Sieht einfach auch aus wie verbrannte Haut. Irgendwie ganz komisch. Grill. Nicht so schön. Aber die Frau war auch so groß. Ja die war ziemlich groß. Und wir rumpeln. Ja. Oh das ist bestimmt von dem Kind. Ja. Und da sieht man. Das ist nicht so gut. Ein Blitzherz. Es ist so ruhig. Es ist sehr ruhig. Oh nein. Das könnte wirklich von dem Kind sein. Ja. Oh. Einfach. Was hat hier jetzt diesen Bass gemacht Digga? Das ist das Monster. Vielleicht. Boah Digga der Bass. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier drin. Drunk. Ja schön. Das bringt voll meinen Kopf zu beben Digga. Oh oh. Selfish. Die Glassplitter. Delirious. Die Glassplitter. Wir laufen hier die ganze Zeit über den Glas. Die Glassplitter. Die Glassplitter. Nein. Ich finde das so heftig. Oh nein. Ich finde das so heftig. Ich finde das so heftig. Wie man sich umdreht. Hm. Oh nein. Es brennt. Oh. Oh da ist was. Ah. Jetzt fängt er schon an das Kind zu kritisieren. Das geht. Warum pink? Ja und dann noch hier. Guck mal. Er zeigt wie das eigentlich aussehen soll. Das heißt das Kind hat er wohl dann auch nicht so. Nee. Boah diese Atmosphäre ist aber geil ja. Das ist krass. Junge das Sounddesign ist ein Traum ey. Ja. Ja. Jetzt sind wir wieder im Dunkeln. Ah das ist echt so ein bisschen jetzt zum Kind. Wir haben uns ja schon gefragt. Guck. Anscheinend geht es jetzt um das Kind. Oh Gott. Das ist krass gemacht mit den Farben. Oh der Teddy. Ich traue dem Braten nicht. Hm. Hallo. Du siehst ja aus wie Winnie Pooh. Warum flüstert das jetzt? Das ist. Oh das Trampeln wird schneller. Hey. Was ist das? Warte. Was ist das? Warte. Was ist das? Warte. Was ist das? Oh. Oh nein. Dieses Trampeln machen wir ein bisschen. Nehmt mich grad ein bisschen hops ja. Ist schon mal angenehm. Oh. Die ganzen Wände voll gemalt. Ich habe so dieses Gefühl. Es wird uns was verfolgen. Ne. Ich glaube nicht. Noch nicht. Da liegt wieder ein Bärchen. Ich habe eine Ratte glaube ich gehört. Ja die Ratten laufen ja auch ständig lang. Das ist zu ne. Ja das ist irgendwie versperrt. Hier ist eine Lampe. Guck mal da kann man wieder reingucken. Da ist sogar was. Ah Schwangerschaft. I guess. Ja das ist so. Aber man kann es nicht drehen. Oh. Okay. Ist nichts. Ich drücke auf den Play Button. Marriage Guide. Kids in Merrill. Expect the unexpected. Achso. Die Alltagswagie der Elternschaft. Das neue Buch von Molly Perth. Perth. Ist ein Muster für Eltern. In die ihr erstes Kind erwarten. Und ein fröhliches gesundes Umfeld für ihr Baby schaffen wollen. Bestellen sie jetzt. Und erhalten sie einen Gratissatz motivierender Aufzeichnung. Stark genug. Volume 1 und 2. Mit der Giga Kombi. Sattler. Uh. Okay. Licht aus. Das ist natürlich. Ah jetzt ist die Tür hier. Okay. Ey das nimmt mich hoch. Das ist krass. Ah die Tür ist einfach runter gefallen. Okay. Krass. Das war jetzt. Hä wir sind aber. Wir sind immer noch hier. Ah wir sind da. Okay okay. Wir sind von da gekommen. In welchen Gründen auf einmal. Ja ich meine wir kamen von hier. Ja. Der einzige Weg ist geradeaus. Ist man es lag? Ne links war noch was. Was stand da gerade? Ja. Ganz. Ach hier weak oder was? Schwach. Squeak. Squeak. Okay. Ja diese Ratten Geräusche wahrscheinlich. Oh mein Gott. Squeak. 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 Der mit seinen Ratten. Ist ja auch ein bisschen. Aber wenn Crazy im Kopf hätte ich jetzt gesagt gehabt. Ja. Da war was. Aber das habe ich auch nicht gesehen. Das Bild hat sich verändert. Jetzt wird es gezeichnet. Guck mal. Ja. Das ist interessant. Hä? War das gerade da? Ja das war gerade auch noch nicht da. Ey das ist wirklich crazy. Hier ist was. Das sind Babyschuhe. Oh. Jesus. Habt ihr nur die Hälfte von der Unterricht? Nein. Du wirst noch nicht wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen sein wird. Genau. Ich mag dieses Bronzfarben. Das ist irgendwie süß. Ja. Aber das ist wieder leicht angesenkt gewesen. Angesenkt? Ja guck. Das ist so die Farbe. Ja. Sieht wieder ein bisschen. Das sieht auch komisch aus. Ey das ist hier so dunkel. Ich sehe leider auch gar nichts. Aber du kannst hier wieder rausgehen. Was ist das hier? Ich sehe überhaupt nichts, Digga. Aber hier ist auch keine Lampe, ne? I don't see shit, to be honest. Das ist ja von nur ein Schrank, glaube ich. Uhhh. Squeak, squeak. Squeaky squeak. Alter. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas ist. Junge, das ist aber scheiße. Das muss ein Lichtschalter sein eigentlich. Gucken wir mal, ob wir noch was finden. Hier im Raum. Hier irgendwo noch was ist. Aber ich glaube nicht. Nee. Nee, da nicht. Aber. Jetzt können wir wieder raus. Schon wieder anders. Der Spiegel. Ist auf jeden Fall wieder sehr dunkel. Da ist ein Kerzenleuchter auf der anderen Seite. Wenn du dich umdrehst. Hä? Links. Dreh dich einmal um. Links. Hä? Wird ich nicht? Ach da, okay. Thank you. Wow, das ist ja cool. Das ist cool gemacht, ne? Ja, das ist geil. Auf dem Spiegel-Ding lag auch, glaube ich, noch was. Oder was? Alter, was war das denn? Oh Gott, ey. Der Spiegel ist kaputt gegangen. Ach, er wieder mit seinen Mäuse-Ratten. Läuse, Mäusen. Oh, hier. Nicht meins. Wo ist die Schere? Oh mein Gott. Ja, er eskaliert richtig. Oh, der wäre süß. Haben wir ein bisschen bemalt. Können wir in den Schrank gucken? Ne, ich glaube nicht, ne? Na doch. Ich glaube, ich brauche den Spongebob-Ravens gerade, um mich zu beruhigen, ne? Oh, das war so geil. Sind wir aufgegangen, Digga? Oh. Das ist so mega witzig. Ey, das mache ich zum Geburtstag hier. Junge, shake dir alles. Du rückst meine Ballung, Digga, so. Da war irgendwas drin. Ja, ne, da war nicht so ein Bild. Aber guck mal. Siehst du das? Das sieht aus wie ein Monster, oder? In dem Haus. Ja. Ist das dein Vater wieder? Ich glaube, das sollen wir sein wieder, ne? Ja. Das ist krass mit dir. Ja. Speedrunnin' that shit! Hä? Ah. Okay. Okay. Okay, du kannst da weitergehen oder du kannst nochmal zurücklaufen und hier gucken, was hier noch ist. Vielleicht ist hier nämlich noch was in dem Raum. Boah, hier ist irgendwas. Hä? Hä? Okay. Das ist nichts. Das ist auch nichts. Hä? 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 Das ist interessant. Hä? Was? Das haben wir jetzt irgendwie eingesammelt? Ja. Achso. Ach, das ist das Spiel. Das war von dem Spiel. Da fehlte ein Stein. Aber wieso habe ich den auch gesammelt? Weil er irgendwie da gefehlt hat. Da liegt noch ein Stein. Vielleicht müssen wir alle Steine finden, damit das Spiel funktioniert. Ähm. Funktioniert. Are you sure about that? Ja? Ja. Ja. Schau mal nochmal in dem Schrank. Wir haben noch nicht alle Schplannen geguckt. Sicher? Ja, die hatten wir zum Beispiel noch nicht. Ah! Sag ich doch. Danke. Bitte. Ja, doch. Du hast mich wieder geblieben. Ha! Ha! Good thing we didn't betten. Ha! Ha! What? What's so funny? Okay. Okay. Aber warum dieser Herzschlag jetzt dazu? Das weiß ich auch noch nicht. Da hab ich jetzt noch nicht die... das ist ungefähr so wie wenn ich morgens ausstehen zum kühlschrank die nachbarn unter mir dann wird das so an das ist das ist das stühle ja lass uns lieber erst hier gucken wir uns bestimmt gleich wieder um die ohren ja wieder ventilator die möbel waren das schlimmste ja wo wir dann im kamin okay das geht ja noch da weiter er lebt eine ente und ein freak war sie auch okay nicht zufrieden damit dort im fluss bus zu schnabeln riss die herzen heraus und fraß leber mit gabeln okay das ist okay das kinderbuch hol ich mir ja das das will ich auf jeden fall meinem kind vorlesen der bass ist echt übel das ist krass hier ist wieder das wild mit dem feuer hier würde ich nein lass doch nicht durch das ist noch einmal dahin anscheinend weiß was jetzt hier passiert das ist wieder so distorted alter da war die frau was passiert hier ein erfolg freigeschleitet dadurch ach so das war so ein erfolg okay schön erschreckt wir gehen mal davon aus das sollte jetzt die frau darstellen ja ich glaube das war die frau ach du scheiße was das denn wir sind mal wieder schön reih und glied nicht einfach die stimme gesichtet ja das war auch krass ja ich glaube bist du bescheid ne jetzt sind wir hier wo ist das ja ne jetzt sind wir jetzt sind wir wieder auch aus dem bereich was mit dem ne doch nicht hier ist noch bemalt und das bild hat sich wieder verändert das ist krass digga war das hat man so hinter sich gehört auch ja jetzt nicht verarschen wie das ist gesehen so ich nehme jetzt das spiel ja genau das passiert das gleiche und dann ja das hat sich auseinander ich sehe ich sie also haha hau es genannt ins gesicht talking behind our backs ja das war ja grad irgendwie hier keine ahnung die uhr ist auch sehr suspekt 0 uhr geisterstunde ja joba ist ja auch halloween ja schon mal so ein bisschen den weib dafür wollen hätte ich gesagt bis dahin nicht noch was aufnehmen ist der wind wieder ja zurück auf den button das gleiche hä ist das ja ne ja ja es loopt ein bisschen aber es ist jetzt ein bisschen dem alter glaube ich ne ja guck mal das zeigt ja schon mama, papa, ah ah hm oh der oh der bär fliegt alles schwebt in der luft ja alter kann man die geil man kann die wegstoßen sogar krass oh war es mal schickte man cool ja ne dafür war ich nicht so der fan von halt doch kannst du mal süd der bär hängt an der decke das traum ehrlich es fällt alles runter oder ne doch nicht jetzt ist wieder weg die farbe der effekt wird wieder langweilig ah töddel töddel es ist ein schubladen es nix nicht verdienstkreuz oder irgendwas keine ahnung so ja und pfeife und passen und schublade ganz und noch eine oder ne doch nicht schade aber danke für die hinweise manchmal bin ich so einfach ballett anfahren pirouetten okay wir müssen irgendwas oh mein gott das war krass wow hi pfeife 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 nicht ganz das ist das ist cool mach mal das licht an ich kann es doch sorry bei der weisigkeit das gewollte ich glaube wir müssten Was ist das? Was ist das Baby? Oh nein! Oh 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 Puppen! Das ist für die Eurember, ich bin für die Eurember! Die Eurember! Puppen! Ah! Guck dir das Bild an! Oh! Uh! Uh! Okay! Uiuiui! Okay krass, das ist doch der Rollstuhl der Frau! Naja, der liegt da jetzt irgendwie Überhaupt kein Horror Trope! Ey das ist wie, guck mal in Zeit 1 Wo die Sirenen plötzlich anfangen los zu gehen Als der da diese Kammerflugel so krass ist Und da einfach dieser Rollstuhl ist Ja das ist auch gruselig Das ist schon so, oh mein Gott! Ja, bei Outlast haben sie den Rollstuhl ja auch nochmal eingebaut Ja, wo der eine da in dem Rollstuhl sitzt und dich anspringt Ja Alter! What the fuck! Ich hab mich umgedreht und das ist einfach weg gewesen! Ey das ist krass! Hier der Gang hinter uns! Achso ja das hab ich gerade schon gesehen Hier sind wieder die Puppen! Puppene! Das Kind ist da lang gerannt Achso wir müssen jetzt eh da lang Ey das ist doch krass oder? Jaa Hä? Es verändert sich jetzt, es loopt Du musst da hinterher laufen anscheinend Meinst du? Oder geh ich jetzt Oh! Geh mal geradeaus ja Boah! 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 Boah jetzt jeweils zwei Bine weg So passt Aber die Häuser sind doch schön en! So ich kann er soll wirklich zu geile ist schon lustig okay 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 jetzt rennt sie wieder jetzt einfach ja ist nix nein das ist unangenehm das ist claustrophobie ich habe ich ja auch falsch wieder heraus zu lang okay einfach wieder zurück ah ja jetzt glaube ich ja oh mein gott hallo levitation action wo ist meine pump gun regeln ich brauche mir regeln okay das war jetzt irgendwie nicht so großelig hast du wir mussten da das habe ich gemacht keine ahnung habe ich mich in die tür gepackt du warst gerade irgendwie im schrank anscheinend wir waren gerade schon wir sind jetzt zurückgekehrt jetzt war es wieder normal wahrscheinlich nicht weiß was ja jetzt flüstern wieder warum warum hat die jungen was mit der passiert er hat sich aber nicht gesund aus sie sind alle nicht so gesund aus glaube ich muss das hier so laut ich weiß es nicht dabei ist nicht so ich will nicht nach hause kein bock mehr ehrlich jetzt ja vielleicht kommen wir hier auch weiter ja wir kommen weiter das war doch gerade nicht da was war gerade nicht da das nee das sagt dann gerade noch nicht genau die kisten und so das ist das ist krank hier altes alles ich kann nicht mehr sprechen verändert sich immer wieder ist ja dieses schöne bild das wirklich immer noch nicht hier jetzt die wände bekürzelst du kannst das parfüm dir angucken äh das parfum und parfum habe ich ja da auch habe ich ja gerade nicht mal wie ich gut noch ja ne ja kann ich dir helfen meine wo haben wir geklopft der zattler da vielleicht dem anderen zu hier ja vielleicht sich das gefällt mir nicht klar dass das ist wenn ich hunger habe da ist so die werbung früher davon ja genau genau das sieht was an der wand es gibt ab like always nein das tun wir nicht ist wieder alles kaputt klar ja komisch dass sie den unteren schrank nicht öffnen können ja stimmt vielleicht hätte man schlüsse finden können aber na ja jetzt sieht es wieder halbwegs normal aus ja jetzt höre ich aber so ein sound ach das kinderzimmer das sind wir wieder okay das sieht aber auch cool aus genau das ist das was wir nicht aktivieren können aber das ist geil das finde ich auch noch ein traum das schön ja das kätzchen mit dem hund er hässlichen puppen ja ja ich mag diese puppen noch nicht ich glaube das ist das ist mal grüne ding da im wald oder so dieses weiß ich das war einfach gar nicht vorhin wurde aber so ein wald erwähnt ja in der geschichte ganz viele blöcke schöne musik gefunden wir haben auch die schlüssel gefunden das ist nicht unten siehst du das rechts in der ecke da siehst du das was du aufgesammelt hast das ist für so ein aufzuschüsse für irgendwas wahrscheinlich ist sie gleich irgendwas was wir aufziehen können okay was die vielleicht das ist ja die pferde oh mein gott das passiert jetzt warum bin ich jetzt das ist meine hier nachts um drei uhr oh mein gott oh mein gott oh okay das mit mama war sie glücklich dass das mit gesehen oh nein das ist aber krass gemacht oder alter okay oh god oh nein okay hi nun ist sie nirgends nicht finden kannst du sie alter falter also war das jetzt so die message dass die mutter ich bin mir nicht sicher oder die zeit gegangen weil sie es nicht mehr ausgehalten hat und wollte die tochter mitnehmen aber das durfte sich vielleicht irgendwie nicht oder so ja okay ja von der frau wahrscheinlich ja ich glaube das sind aber nicht das sind keine hundehaare oder oder sind das die haare von der frau vielleicht ja okay was für ein pferd soll das jetzt sein ja also vielleicht hat er doch seine frau massakriert und dann die sachen benutzt das ist schon wirklich gut gemacht also dass das hoffe ihr habt spaß mit uns hier mitzuleiten ja auch die lampen hat dass ich auch hingestellt und die blöcke schön noch mehr kuppen auf dem boden liegen auch noch welche oh mein gott ach hier sind unsere sammlung das haben wir gefunden haben genau wo uns ja auch ein bisschen was fehlte ah das bild ah das haben wir okay manche sachen kommen anscheinend auch später wenn die das ist ja nun chronologisch aufgebaut hier diese komischen ja schon alle ist hier irgendwas neues drin sieht nicht so aus wenn alle gucken trotzdem mal ne ach rolle mip mopp 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 nö nö boah ich bin gespannt wie das jetzt hier weiter vervollständigt wird mhm oh mein gott high five digga ja genau das sieht chronöser aus als es sollte mhm okay so jetzt bin ich sehr gespannt ja oh das wird boah das wird die frau oder ja das sollte krass okay ah jetzt haben wir das auch hier drin die haare ja krass ja ok nice wollen wir weiter let's go speedrun in that shit was wo über der tür ob da wieder was steht ja verschwundene die frau wahrscheinlich ne just hanging around here ah ja in welchem kontext auch immer ich denke ich denke dass wir es ist ähm egal wahrscheinlich wo du lang wirst das ist wirklich krass wenn du jetzt zurück gehst ist dann andere ja es verändert sich ach der ventilator mal wieder ein bild das ist ganz hübsch eigentlich mit der frau im boot ja ich erschrecke mich schon vor dieser kackpflanze da jetzt kann man sich nicht ausdenken hier einfach hier ist die tür aber dies zu erste kiste ist auch zu müsste ein bisschen im kreis wahrscheinlich jetzt laufen das schön ja da ist gar nichts drauf kann man in den schränken gucken ist vielleicht unten noch was das ist irgendwie gesperrt oder ne das geht nicht auf ja das geht nicht auf weil die papiere davor liegen ja weil sie dick sind der hink rein bücher noch mehr jetzt frage ich mich was passiert wenn ich rückwärts gehst anderes bild ey 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 bruder jo was gehen in cirkeln ja ich ja mach das nicht mal an ach wir gehen jetzt hier rein hä ja im kreis gehen was das ding ist ein bisschen irritiert ey okay toll ich sehe nichts ich sehe nichts ich sehe nicht das nicht da leicht zu vergessen den delirischen krank oh je danke dass du da bist Zeit, Zeit, Zeit oh shit noch nicht 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 bisschen immer schon noch was auf der wand oben an der decke das stand ganz am anfang weiß ich noch da Remember each mistake? Not yet. Boah, wo muss ich jetzt lang, Herr Zettler? Keine Ahnung, ich glaub, du kannst überall rausgehen, weil das ist ja immer noch der Raum hier. Ach so! Nur ein bisschen geranzt. Jo, richtig auseinandergenommen. Ja. Oh je, ominous music. Komm nicht zurück. Okay. Ein Bild. Wüste. Pflanzen wieder. Was machen die mit dem? Ziehen die da, die reißen den Kopf irgendwie ab oder so. Ernsthaft? Ich weiß es nicht, oder die machen da irgendwas. Was zum Fick? Sieht sehr gruselig aus. Blätter. Bücher. Ja. Ja, ich würde das Licht auf jeden Fall ausmachen. Ja, dann seh ich nichts mehr. Ist doch besser. Gehen wir durch. Kannst du entschieden? Ich geh mal lieber. Ne. Ja, wir müssen weitergehen wahrscheinlich. Kann man den Stuhl nicht unbeachten, na? Hm. Oh, hast du das gesehen? Was? Was ist da? Da ist gerade jemand vorbeigelaufen. Sicher? Ja. Wird sie verarschen. Auf jeden Fall wirkt das so, als würde das wackeln. Wird mich schon verarschen, oder? Da ist doch irgendwas. Ja. Make up your mind. Okay. Entscheide dich. Ah ja. Ah, okay. Ah ja. Boah, Türenschrift. 13. Juni. Er spricht schon wieder von den verdammten Ratten. Ich glaube, ich habe noch keine einzige gesehen, aber das hindert ihn auch nicht daran, überall Pfeilen aufzustellen. Er hofft jetzt in den Wänden zu hören und dass es hunderte sein müssen. Gott, ich hoffe verdammt nochmal, dass es stimmt. Ich hoffe, dass sie in der Nacht herausgekochen kommen und dich in deinem Schlaf fressen. Du grausamer von dir selbst besächsender, lächerlicher Säufer. Das ging nach einem gesunden Verhältnis, würde ich sagen. Ja. Aber ich glaube, jetzt hat sie auch echt genug. Ja, jetzt schnauze voll, Digga. Mars ist voll. So wie der sich da verhält. Äh, war das gerade schon da? Nein. In dem Raum waren wir aber auch schon mal, glaube ich. Ja, es hat sich nur wieder verändert. Und ich bin wieder auf dem Weg zum Kühlschrank, wie man hört, ne? Ja. Also ich kann einfach hier wieder rausgehen und da langgehen. Ich gehe hier lang. Ja, da hinten hättest du auch langgehen können anscheinend, ne? Durch diesen Raum hier durch, meine ich. Ach so, nee. Da war hier irgendwas im Weg, der ist hier. Ach so, du kamst da noch nicht durch. Ja. Der sieht das so, okay. Dann gehen wir erstmal hier lang. Ey, diese Geräusche. Oh nein, da ist sie wieder. Ja, das ist jetzt in unserer Vorstellung, dass das so, dass sie so krass ist. Ja, klar. Ja, klar. Das ist aber krass. Uff. Hä? Du kannst doch wieder zurückgehen, wenn du das nicht durchziehen willst. Aber komm. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Oh nein, hä? Boah, fuck. Er wollte da nicht hingehen und sich erneut von ihr erschrecken lassen. Oh nein. Warum mache ich immer so einen Scheiß? Warum mache ich das? Also, es ist ein Weg für uns. Gingenseitig um sich einfach abzufalten. Eieieieiei. Doch, ich geh doch jetzt hin! Und ich erwarte was zum Tolles passiert es nicht. Aber wir sind hier nur anders. Ja, ich glaube jetzt… Ah, das ist aber gerade der Raum. ja gerade okay das licht glaube ich an machen hier links oder ja sieht man ein bisschen mehr okay irgendwas ist durch die gegend geflogen ach die hatten wieder oh das toll jetzt schon wieder so ruhig und jetzt sogar so leuchtende augen ein haustier ist so viel setzler ja das ist auf jeden fall gute zu das ist wenn wir hier techno gemacht haben die rat ist aber sie ja die ist okay uns anscheinend hier durch die gegend das ist eigentlich gut ja ja es ist irgendwie sehr eng hier das ist das ist was er gesagt nein okay ich ja hier richtig wow okay okay die ist jetzt da hoch tschüss die süße tanzler ja warte nur die süß die haben ein bisschen was gemacht anscheinend hier liegt noch wow müssen wir jetzt die nummern rausfinden oder was das ist eigentlich einfach ich gehe jetzt hier auf cat ja hier einmal ja dann sind aber verschiedene die da immer drei aber was habe ich jetzt gesagt bei cat ok warte ja warte ah manche führen dann glaube ich warte mal ok manche führen wieder zurück ach so ist immer nur einer richtig das heißt cat war jetzt soll ich muss einmal wieso komme ich jetzt auf 1 moment das hier ist mein ich 1 noch mal 1 hat es 1 ja okay ja doch ist 3 ok aber wenn ich jetzt hier hier nehmen ok jetzt wird aber auch zu cat ok ich gehe noch mal alles durch das vielleicht habe ich mich hier vertan 3 er ist voll scheiße ist das so kompliziert müssen wir das überhaupt was müssen wir machen damit auch mir das auch gar nicht mal gucken hier das zum beispiel sieben jetzt gewesen 8 okay okay ist das erste 3 ja dann kommt die 4 also 3 4 ja 1 ok 341 bei cat ja kommt dog bei 5 würde ich sagen ja 5 9 jetzt kommt red 6 ja 6 7 8 müsste das sein 8 8 8 6 8 7 ja habe ich erst notiert ok also 6 8 7 war es ne ja würde ich das richtig rum aufschreiben ja ja genau we got it got it we got it we got it bro aber man guck mal gucken wofür wir das brauchen ah ja toll ja toll aber jetzt ist es war ja ne katze zu sehen ne da war ne katze zu sehen ketver 341 3 4 4 4 1 jetzt ist hier schon wieder die steuerungstaste wieder ob sie beim ersten mal das wird dass das wird oder soll ich jetzt hier lang oder soll ich nach links da ist nicht okay 19 juli nach der stille zu urteilen die sich nun hier im haus entfaltet hat kann ich wohl gefahrlos davon ausgehen dass er endlich das bewusstsein verloren hat weifellos umgeben von leeren flaschen und fetzen zerrissen alleinwand musik erstmal aus ane doch nicht inzwischen seine bevorzugten bettgenossen geworden sind jedes mal wenn es passiert bete ich darum dass es das letzte mal gewesen ist ich bete innen günstig leidenschaftlich woher im himmel macht dass sein kopf auf platz und all das verrottete ausläuft macht dass er sich seine handgelenke mit glas aufschlitzt und die rote galle ausfließen kann okay mach dass er in seinem eigenen erbrochenen stirbt dass wir alle frieden finden denn wenn du es nicht machst werde ich eines teils selbst den mut dazu aufbringen die treppe herunter zu gehen und seinem leben hat ende zu setzen du vor allen anderen solltest wissen dass es nicht ein mangel an willenskraft ist der meine hand zurückhält ok das ist karte also damit ist nicht früher also ich nicht nein das ist ja schon schöne sachen also für sowas aber das ist schon das ist verhältnis ein bisschen also das ist schon krass also ja soviel zudem sie wird das monster sein dass er sich bei ihr ausmalt oder so was er das klavier das kam jetzt so richtig krass und unerwartet hier ist wieder irgend so was eine decke hä war das gerade schon da ja es war gerade auch schon da ich hab gerade voll nicht drauf gefallen ach ich hab gerade einfach nicht drauf geachtet knarzt knarzt aber hier waren wir doch schon mal ja mal wieder das die schrank okay dank fürs gespräch tschüss schweetschen ja it's still two past twelve or something like that ja jetzt mal noch eine lue aber das ist so dunkel wunderschönen das ist ein lost place die flackenden lichter die schrank schrank schranken der hier ja guck mal was drin ist ist es da auch noch so ich lesen nochmal hören ja ich kann auch hey tut mir leid dass ich dir so lange nicht geschrieben habe ich wurde mit arbeit überschüttet ich muss dir sagen dass dein letzter brief sehr verstörend war um es mal vorsichtig auszudrücken ich kann einfach nicht glauben dass sie deine alten gemälde erzünden würde warum sollte sie das machen besonders die damen schwarz es war doch dein tribut an sie oder nicht ich weiß nicht was ich dir sagen soll außer dass dass die professionelle hilfe suchen solltest und zwar pronto du müsstest wohl selbst mit jemandem reden nach allem was geschehen ist bin ich mir ziemlich sicher dass es dir ebenfalls guttun würde ich muss dir wahrscheinlich nicht erklären wie schwer enttäuscht der käufer von diesen neuigkeiten war die neuen stücke verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie die klassiker wie auch immer ich werde weitersuchen du musst nur durchhalten dich auf deine arbeit konzentrieren ich weiß dass es immer noch in dir steckt ich glaube an dich dein freund und agent thomas talkwell mach dich nicht also zu be honest sie brauchen beide hilfe ja also es geht ja gar nicht dass ihr abgeht was ihr phasen ist guck mal in den schrank ob da noch was ist was wo da wo wir gerade jetzt geguckt haben da drin da außerdem wirklich noch was drin ist nur so aus interesse krass also vor allen Dingen ist es wirklich guck mal in der kiste nach ob da noch was ist alles klar chill bist oh der maulkorb mutt mutt schüttert hey ich kann das auch machen ähm ähm mhm 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 Oh, das Bild wird immer weiter kleiner. Ich frage mich auch. Oh mein Gott. Hi. Oh, ein Auge. Er macht Auge, weil ich dick bin. Ja. Wow, viele Augen. Ich frage mich halt auch, ob die Frau die Bilder... Okay. Alles klar. Okay. Bro, was ist passiert? Zu viel Alkohol. Aber ich frage mich auch, ob die Frau die Bilder wirklich angezündet hat oder ob er das selber war. Ja. Wo er selber wieder abgedreht ist, weil er nicht getrunken hat. Ja. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ich auf jeden Fall auch, ja. Ja. Hey. Jetzt sieht es wieder relativ normal aus, bis auf die Bilder ran. Das, Daniel. Oh. Hi. So. Ja, krass. Let's go. Ja, das ist schon krass. Okay, jetzt sieht der Raum wieder etwas normaler aus. Tschüss. Hä? Doch, jetzt geht die Tür auf. Hi. Hallo. Hm. Hm. Ach mal wieder. Oh nein. Leimdonn Grablar. Masse pulsierendes Feld. Wie gibts zu meinen? Feuer, letzter Ausweg. Ah. Er hat das schon verstanden. Ja, auf jeden Fall. der kamin hat mich am meist haupts genommen in der netz gesundheit abgestürzt sind oder wurde das stand machen wir das licht an das hat viel gebracht das sieht sehr interessant aus ist auch wie feuer ne verrust irgendwie was mit der flasche eine kurbe oder so was haben wir die flasche hier die weg gehauen bestimmt weiter me ich gucke nicht zurück aber dann bin ich hauptsache nicht weil du dich bewegt hast ein bisschen nach uns das zu viel verloren so schlecht oder gut oder mittel ich habe damit irgendwas noch machen können schade oder wir hätten es mit dem raum davor machen müssen wo wir waren und ja ich höre das baby auch dieses komische das ist immer so ein bisschen schade weil man dieses backtracking geht hier also dass man halt dass man das nicht mehr machen kann weil woher soll man das wissen jetzt so ja und du hättest das wahrscheinlich eh getriggert das heißt ja das vorher irgendwo einsetzen müssen aber wir haben es nicht finden ist dann so ist jetzt halt so da kann man auch nichts machen am ende war es vielleicht einfach nur wieder aus grammophon oder so ja das sind mit sicherheit dann zusatzinfos aber zum glück versteht man ja schon ganz gut ist doch ja auch schon ganz gut wenn sich um es geht ja guck mal ist das hierfür vielleicht die rente meinst du das ist das für eine tür das wurde die dahinter gesperrt oder keine ahnung little pain goes a long way okay junge das baby das gefällt mir nicht oh mein gott macht das wäre die hand schwarze gewisse spielchen wäre es okay aber ich habe in dem zusammenhang mini 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 위에 ist klar okay what the fuck stop happening vikt happening what's happening ok ja alles klar als noch mal ziehen du hast jetzt zu weit genug zu viel gezogen ok das nächste nämlich meine steuerungstaste noch ob es jetzt auf ja aber die musik ist krass die lampen wieder an ich weiß nicht irgendwie stört mich dass wir die lampen nicht an sind hier kannst du es einmachen das licht ist einfach irgendwie ein brief der anderen seite ist auch noch eine lampe und man hört irgendwie was ja in den wänden da flüstert irgendwas ja da kommen wir aber nicht hin ich habe jedes mal schiss mich umzudrehen das gewitter wieder das bild hängt falsch rum das ist ja komisch ich mag die musik das sind wieder so momente wo wir einfach ruhig sind ja da ist man von der atmosphäre so so richtig jetzt ja so richtig hier ding durch immer ist genau da haben wir auch schon lange nicht mehr ich weiß nicht ob ich das will ich kann aber in beide richtungen aber das blut dann fahren wir dahin das wird die richtige entscheidung sein auch es geht ja nach oben schauen wir mal das sah nicht gesund aus und wenn die wand gefahren oder in die decke hallo das sah nicht so gut okay ey komm ja nicht raus oh ne es gefällt mir überhaupt nicht komm gleich irgendwas wird jetzt gleich passieren oh mein gott kommt da jemand das war eine harte landung das ist ja nicht es war nicht da wir fahren wieder nicht doch nicht du siehst jetzt war es da ist ein stuhl das licht ist aus wenn ich mal irgendwann irgendwo was sehen kann oder fasst du kommt immer näher warum jetzt diese stühle es ist noch nicht so wie so eine interrogation der sex war auch zu bild in den schrank noch was drin hier in den schubladen unten ich glaube auch nicht aber vielleicht gucken ja dass du sie weiter das ist ja hier nicht mal guck erst mal okay auch noch was ist ja was wirst du achten sie sehen überhaupt nichts sind schon hops genommen ja was füttert denn jetzt hier das gespräch ist mein wieso aber ich habe keine ahnung was mit ihm los ist zu viel apfel rum ich merke das schon immer noch nicht hier ist das was soll das sein herz eine leber ein herz organ roter blob das erkenne ich wirklich nicht das ist ein bisschen matschig ja ich will es glaube ich gar nicht wissen wie geht es weiter oh die tür ist aufgegangen aber was soll das jetzt ist das ein embryo schmolzene lampe oder so ein embryo ja vielleicht aus ich gehe nach hause ja keine ahnung aber das sieht schon sehr merkwürdig wir sollten da trotzdem eingehen weil sonst verpasst das ja ja dass die frau das ist oh mein gott was ich bin so dumm und geht zu ihr ja komm mach jetzt habe ich erwartet deswegen war es nicht so schlimm ja man kann sich jedes mal schön von ihr erschrecken lassen das ist schon interessant wir machen jedes mal snus nun sieht es auch jedes mal direkt noch schlimmer aus wenn das passiert das ist ruhig ja schön das war unser arbeitszimmer ja es ist das arbeitszimmer hier waren wir doch auch schon ganz nett haben sie es hier ganz nett haben sie es hier ich bin grüß boah das war laut wie lauter als stimmt kannst du die lampe wieder anmachen peifende natürlich die pornos ja gucken wir mal oh nein das telefon guck mal einmal in den schubladen ob da was ist 363 okay gemälde spotten jeder beschreibung schweige denn einer kritik ein grundwissen zum thema ist ein absolutes muss wenn man auch nur versuchen will sie zu beschreiben baby face ist eines dieser gemälde diese kunstanomalie zieht zehntausende von bewunderinnen wunderären dessen durchschnittlichen und sonntags kenner des abstrakten in ihren bannen tatsächlich sieht es aus wie ein resultat eines einwöchigen kunstmarathons bestritten von einem unausgeglichenen maler in einem dunklen keller eingeschlossen war in der furchtbaren ausführung einmal abgesehen übersteigt das gemälde in seiner abscheulichen bippa bo ja okay also hat er das gemalt vielleicht wir müssen es auch nicht wow wow 363 363 ich merke ich mir irgendwas komisches wo ist denn das telefon überhaupt wir können gleich finden glaube ich guck erstmal nochmal was hier noch ist wow egal hä wo ist denn das telefon guck mal nach oben also ich hör das hier irgendwo ah hier hast du das buch jetzt aktiviert ah dahinter hast das telefon wow tja 363 ne alter was irgendwo an der wand ist das bestimmt wieder hier hier ist noch ein telefon irgendwo na hier ne doch nicht das ist aber so la alter was jonge was so okay das habe ich jetzt nicht erwartet alter das ist psychedelic bro das ist krass ja die türen jonge okay der flügel bruder ah guck mal das wird mir erst jetzt aber guck du kannst es auch so sehen ne was denn so sieht so das klavier und die lampe stehen da ja sind gerade jetzt ja das ist heftig da hängen die bilder an einer reihe oder oder okay oh hier ist ne tür vielleicht ist das telefon auch in dem anderen reihe alter das ist ja heftig ne doch nicht ok ah es war krass ja ja das ist echt heftig ja das telefon auch immer noch irgendwo ach jetzt sind wir hier alter was wir müssen das telefon suchen sind wir hier oben alter kann ich da runterfallen wahrscheinlich keine gute idee nein okay ich wollte es noch einmal ist die nicke gebrochen wuuu aber wir leben noch ja hä aber wo sind wir jetzt alter wat hä ja moin äh ich glaube wir müssen jetzt erst mal wieder da hin wie wir vorher waren das ist scheinbar immer so limbo Bereich Ja. Ja. Jetzt sind wir wieder hier. Müssen wir es jetzt noch mal machen mit dem Telefon? Sieht so aus. Ja, wir müssen jetzt alles noch mal machen. Also das mit dem Bild auch. Ja gut, ich kenne ja den Code. Ja, aber das Telefon... Achso, ja. Wir können das auch machen. Ich brauche dich nicht mehr. Danke. Anscheinend muss es trotzdem... Doch, ne, so geht's. Ja. Achso, weil wir es jetzt schon gelöst hatten. Es kann direkt weitergehen. Achso, okay. Okay, jetzt sind wir woanders. Was? Vielleicht war das wirklich das Rätsel zur Lösung. Einfach runter zu fallen, das kann auch sein. Ich habe jetzt erst gesagt, wir müssen andere Telefone suchen. Hätte ich auch gesagt. Aber ich meine, mein Gott, so geht es natürlich auch. Ja. Wir sind noch weiter oben jetzt. Ist das gut oder schön? Boah, ist das heftig, Alter. Du bist raus auf jeden Fall. Hohohoho. Ähm. Okay, das war okay. Ja. Ah, da ist jetzt der Flügel. Hm. Ja, das ist hier. Das ist hier irgendwo links? Ja, das muss hier irgendwo sein. Ah. Hier ist es. Du hast es gemischt. Was? Was habe ich gemischt? Ja. Ja, ich habe keine andere Nummer gesehen bisher. Okay. Oh, what? Da ist die richtige Nummer. 853. Ja. Okay. Alter, was ist das? Das ist wie wenn in Half-Life 2 die Physik-Engine immer wieder bugt. Ja. Wie hört sich das an? Ach, das macht mich ein bisschen wild. Mach mal die richtige Nummer rein. 5. 5. Ja. Höh, höh, öh. Ja. Was hatten wir? Jetzt sind wir hier, wo das runtergeworfen wird. Jetzt können wir das runterschmeißen und dann... Hä, wo bin ich? Du bist in dem Raum hinter dem Schrank. Ach klar. Und wir diejenigen, die das runterschmeißen nämlich. Ist das... Wofür könnte das jetzt ein Indikator sein? So für Schizophrenie oder irgendwas? Ja. Wahrscheinlich. Also wir müssen jetzt nur ins Blinde geraten, aber... Multiple Persönlichkeiten irgendwie. Ja. Kann sein. Maybe. Das ist ganz schön deep, das Game, Alter. Ja. Wow. So. Achtung. Es regnet. Ist jetzt irgendwie eine Nummer da unten aufgetaucht? Oder weißt du, was da gefallen ist? Oder was da gefallen ist? Aber ist hier ein Telefon gewesen? Ja, aber das ist ja kaputt. Aber das war kaputt. Okay. Ich glaube, wir müssen hier weiter laufen. Und dann gucken, wo es reingeht. Höh. Höh? Oh. Kaputt. Bezahlen. Gehe ich hier richtig? Ja. Kann man durch das Bild gehen? Äh. Ah, ne. Da hinten. Was ist das? Hh. Lull. 354. Omega Lull. 354. Vielleicht das Telefonie hat es wieder repariert. Hä? Das war doch kaputt. Ne, das ist jetzt anders. Oh nein. Das ist doch das Gemälde der Frau. Also wie er sich sie vorstellt. Sag aber mal, Alter. Ne, das war der Bauer. Der Bauer ist das. Wo er das Bild von diesen Bauern malen sollte. Ne, ich glaube, das ist... Ist das nicht, wo er das Gemälde von der Frau gezeichnet hat? Mit dem Grinsen und so weiter? Ne, das ist der Bauer, Jan. Das ist der Bauer? Das ist der Bauer, der im Geller war. Das Bild, das dieses Auftragsbild, was er malen sollte. Ist das sicher? Ja. Wo er ihn dann angeschrien hat von wegen, äh, besser kann ich es nicht hinbekommen. Du siehst ja nicht besser aus oder so. Ach so. Ah ja, das weiß ich. Aber ich dachte, das wäre in Bezug auf die Frau gewesen. Ne, ne. Weil es würde auch Sinn machen, weil das sieht ja nicht aus wie eine Frau. Nein, nein, das ist ein Auftragsbild. Ah, gut to know. Aber das mit dem Grinsen und so hat die Frau ja trotzdem. Ja, ja. Okay, okay. Ja, nice. Danke für... Danke für Clarifying. Ja, das Gemälde der Frau malen wir ja eigentlich gerade. Ja, wir sind noch nicht fertig damit. Ja, bin gespannt. Ja. Das wird in seiner Vorstellung wahrscheinlich nicht so schön. Ne, klaff ich auch nicht. Drei. Fünf. Vier. Vier. Okay. Oh, shit. Wow, ist das zu regular oder was? Wow. Okay, ähm. Boah, der Bass, Alter. Irgendwie versuchen wir... Okay, let's go. Speedrunning that shit. Nein. Ich wollte doch nur ans Telefon gehen. Alter, jetzt ist wieder das Geräusch, was... Die Half-Life 2-Engine spackt wieder. Junge, das geht mit mir wieder auf den Sack, Alter. Was ist das? Ah. You deserve this. All of it. 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 Ich dachte schon, das ist doch nicht normal, Alter. Neee. Wir haben das Spiel im Hops genommen. Wuh. Hahaha. Okay, das ist normal. Das ist auf jeden Fall. Junge, aber jetzt sag nicht, dass du leid uns die ganze Zeit dieses Geräusch. Oh nee. Wollte sagen jetzt nicht, wir haben das Spiel getötet. Hahaha. Shut up. Oh nee, wir können was mitnehmen. Was das? Was? Fuuuck you! Fuuuck you! Peter! Da lang, da lang! Dieser Finger ist für ein gewissen Ding... Nein! Das macht immer noch hier voll ab! Es wird aufgehört! Trial and Error! Aber andersrum! Oh mein Gott! Und es sieht noch schlimmer aus! Uiuiui! Das ist das vorletzte Teil! Und das ziehen wir durch! Ja! Perfekt! Ich hab auch alles jetzt später! Deswegen bin ich am Speedrun hier! Nein, eigentlich nicht! Weil die Atmosphäre will man ja hier genießen! Weil es ist schon geil gemacht! Boah! Das ist schon krass aus! Seht ein Teil danach noch! Okay, let's go! Äh? Das sieht jetzt gar nicht so schlimm aus! Das sieht schon anders aus! Aber jetzt nicht so schlimm! Ne, es geht! Also... Es ist ja auch noch nicht so schlimm! Es ist ja auch noch nicht so schlimm! Das finde ich ja auch ganz ehrlich! Sowieso so ein Thema! Manche mögen das! Es ist auch eine Freunde, die ich kenne, hat zum Beispiel durch die Wurz und Narben am Bauch! Und so! Ja, da kannst du halt nichts dran! Aber ich finde das auch gar nicht schlimm! Ich finde das sogar ästhetisch! Weil das ist ja auch was, was sich ausmacht! Ja, richtig! Es ist halt... Und also... Ja! Ja! Aber... Ja, aber das ist ein bisschen too much! Das ist krass! Okay, bin mal gespannt, wie das äh... Wie das äh... Wie das äh... Ausgeht! Ja! Oh, unser Boos ist leer! Schade aber auch! Ah! Ich habe dich gehasst! Selbst jetzt! Du musst es spüren! Verloren! Alleine! Hoffnungslos! Endlich verstanden! Du wirst immer! In Kerner Wahrheit! Es gibt immer noch einen Ausweg! Beende es! Okay! Ich habe alles verstanden! Was steht da oben? Trial Error! Das ist okay! Jetzt go! Wir rocken das jetzt! Gamer! Okay! Kleine Rappen diesmal! Äh... Linkslang! Gucken wir mal, ja! Ah! Der Vorratsraum! Rechtslang! Es ist noch der gleiche Raum! Kann ich mir... Ne! Da ist noch keine Tür! Ah! Dann lass es ja! Okay! Ich geh vielleicht doch erstmal... Oder? Weil ich weiß, dass ihr... Das ist jetzt immer so doof! Weil ich dann... Das ist halt wirklich trial and error! Ah! Ja! Okay! Das ist einfach nur ein Kreis laufen! Das hat sich dann erledigt! Ja! Also müssen wir durch den Vorratsraum! Ja! Gehen wir mal weiterhumpeln! Ne! Ne! Wow! We are running out of apples! Tja! Zu wenig! Irgendwas brennt! Irgendwas brennt! Und irgendwas stürmend! Ah! Wow! Das sieht aus wie eine Swinger Party! Ja! Irgendwelche... Babykörper! Hm! Oh! Hier liegt noch was! Es war einmal ein Mann voller Passion! Auch dann geriet seine Frau aus der Fassung! Ihr Gesicht war eine Qual! Sie wurde ihm egal! Sie hasste den Mann mit Passion! Tja! Klingt nach einem guten, gesunden Verhältnis zueinander! In dem Fall! Klingt nach einer guten Beziehung! Ja genau! Es war einfach ein Traum! Oh no! Hä? Schön! Schön verbrannt! Schön! Ach, das ist das Bild! Hm! Eine Ratte! Ah, das sieht krass aus, oder? Ja, das ist Rattenface! Das ist heftig, Alter! Rattenface! Was machen wir hier? Ich weiß es noch nicht! Ich bin mir noch nicht ganz sicher! Deine. Ja! Ich bin mir da! Das ist eine Zeit zu verhindern! Das ist die Zeit der Zeit! kann ich mich irgendwie raus nein okay also höhen höre ich noch gut auf jeden fall ja das ist die frau mit ratten und jetzt müssen wir machen bin ich sicher was wir machen müssen hast du lösung die tür zu schließen ich glaube ja 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 die arme frau jetzt mal duschen mit den schulders das fenster zugegangen das ist ganz schlecht das mache ich hier auch die wände bemalen ja genau ja ouch aber das so links oder irgendwas ist das hat mich auch erstreckt das war jetzt schon ja aber ist so dunkel war das problem ja man hat nur so gehört da ist irgendwas rechts so richtig unangenehm aber das war sehr unangenehm wir gehen keller ja da musste ich hier oben aufmachen ein loch im boden ok was ist das für eine maschinerie alter glaub ich sieht so aus als müssen wir da irgendwie was ja ich ziehe nur irgendwas hoch ja ich würde da nicht runter springen Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Meinst du? Ja. Sicher? Ja. Okay. Ich glaube... Ich glaube auch nicht. Also, nee. Das ist einfach nur... Aber weiß ich nicht, wenn du gern möchtest. Nee, wird schon stimmen. Okay. Oder? Ja. Ja. Oh, hier ist wieder alles so komisch verhüllt oder so schwarz und verbrannt. Oh. Wenn die... Ah, das ist nach dem Unfall. Ja. Okay. Ja, klar. Natürlich. Ihr Weiß sind ja nicht so wichtig wie dir. Ja, glaube ich, dass er so aussah. Ja. Mein Freund. Ja. Sie war froh, dass sie noch gelebt hat. Ja. Das ist ein Arschloch, ey. Kann ich noch nicht mehr painten? Ja. Okay. Ein Ouija-Bord? Kein Weg. Ja, natürlich. Ah, natürlich. Ah, ja. Okay. Hm. Arsch, du li. Bin mir nicht sicher, was wir jetzt hier machen müssen. Ich mir auch nicht. Hm. Okay. Ja. Äh. Nein. Elb? Oder hier. Ich glaube, das ist nicht die Lütz. Vielleicht müssen wir irgendwas machen. Ja, ich denke so. Oh. Sehr geehrter Herr, meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihre Hochzeit zu spälen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet 363853. Ich hoffe bald wieder von Ihnen zuhören. Vielleicht müssen wir auch die Nummer eingeben. Ja. Probieren wir das mal. Nee, ist es anscheinend auch nicht. Okay. Der Rest ist ja abgerissen, ne? Ja. Vielleicht filmen wir es auch noch raus. Ah, okay. Das finde ich mal... Das ist irgendwie doof, ne? Ja. Boah, das sieht echt übel aus. Also es... Eieieiei. Komplett abgefuckt einfach alles. Ja, dieses schöne Bild. Ich möchte da immer noch nicht hin, ne? Nee, ich auch nicht. Oh, hier waren wir auch schon. Ja, es verändert sich auch immer wieder. Okay. So, irgendwie das Kind, was sie da geschrieben hat. Nee, das ist das Einzige, was ich an dem Spiel bisher kritisiere. Dass man... Nicht zurückgehen kann. Ja, und manchmal, ich weiß, gehe ich jetzt über einen Punkt, dass man nicht mehr zurückgehen kann, wo man nicht mehr zurückkehren kann, um die Rätsel zu lesen. Das finde ich schade. Ja. Man versteht die Story natürlich auch so, aber ich würde eigentlich die Rätsel trotzdem dann gerne lösen. Ja, das wäre schon cool. Naja, gut. Was ist halt leider so? Oh mein... Aber sonst ist das Spiel schon echt nice. Ja. Oh, ein Rollstuhl. Mit einer Lampe drin. Hier sind wieder die Leier bei den Bildern. Das mag ich irgendwie. Das sieht schon krass aus, ne? Ja, da habe ich irgendwie Befürchtung. Ihr wisst denn, was passiert. Ja, gefällt mir gar nicht. Entweder der Rollstuhl oder die Bilder. Okay. Okay. Er ist umgekippt, glaube ich, oder? Wow, what? Der Rollstuhl ist umgefallen, mit der Lampe auch. Okay. Ja. Kann man ja hier. Bild. Upsi. Nach der Thunfisch-Pizza. Du hattest irgendwie... Ich hatte Spinat. Das ist okay. Wow. Oh, 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 oh. Das sieht krass aus, auch. Da haben wir so ein Badezimmer. Oh mein Gott, hier waren wir auch schon. Ja, das Messer. Die sehen sehr gruselig aus. Ja, aber irgendwie, gell? Ja. Hier. Das mag Klau. Das gefällt mir nicht. Warte, bevor wir da gucken, ist einmal schon... Öffne! Okay, da ist nichts. Was ist so lange dauert? Öffne diese Tür. Ich muss es gehen. Öffne es. Die Hölle ist... Oh Gott. Nein. Nein, 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 nein. Was hast du getan? Nein! Äh. Aber wahrscheinlich versucht er sich umzubringen. Äh, ja, möglich. Oh, nee. Bruder, lass mich doch... Ich... What? Okay. Das ist krass. Hi. Guck mal, wer da wieder ist. Okay. Meinst du, da ist noch was? Was wir finden können? Ach, nee. Guck mal, wir können noch was anderes sehen. Ja. Geh mal da rüber. Kannst rüber gehen? War das der Flügel? Ja, ist doch der Flügel. Ich komme so Hände und grabschen mich, oder ich? Ja. Ich habe so eine Befürchtung, ne? Das ist... Ah, das ist das Kind. Das ist, glaube ich, das Kind, ne? Mit der Puppe im Hintergrund. Hat die sich umgebracht? Meinst du, die Frau? Genau. Vielleicht. Kann natürlich auch sein, dass sie es nicht mehr ertragen hat, dass er immer so kacke war. Aber das würde ich halt auch nicht machen, wenn ich ein Kind hab, so... Oh mein Gott, wie krass, dass sie da da oben ist. Mit der Musik, das ist gerade echt krass, ey. Das ist auch krass. Ja. Und wenn du so hoch guckst. Was ist das? Da ist irgendwie was im Wasser, ne? Das Messer, das hatten wir ja schon. Oh Mann. Ah, ich weiß nicht, wie es ist. Okay. Jetzt macht sie Auge, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist von der Frau, oder? Ja, klar. Muss ja. Wahrscheinlich hat sie sich echt umgebracht und er kommt damit nicht klar und hat dann, äh... Ja, er kommt sowieso nicht klar. Naja, es war schon übel. Alter. Uff. Okay. Ah, nee, das war's noch nicht. Oh, das Spiel wieder. Da liegt noch was auf dem Sofa auch. Hm. Hm. Was ist das? Ist das so ein Spiel? Ist das... Mühle? Dame? Dame, glaube ich, ne? Dame ist das. Nicht Schach. Dame ist das mit den Steinen. Was man auf dem Schachbrett spielt, aber... Ja. Äh, okay. Und jetzt? Ich hab keine Ahnung. Müssen wir irgendwas machen, das stimmt, aber was? Ja. Aber wir müssen die Steine wieder suchen. Die, ähm, Spielsteine. Da fehlen nämlich wieder welche. Und das im Dunkeln auch noch, Alter. Das ist ja geil. Einfach rumlaufen und mit der Maus. Mal wieder gucken. Sobald es das Hans-Symbol kommt, hat man das ja gefunden. Da ist was. Okay. Okay. I don't see shit around you. Oh. Okay. Ist klar. Wow. Ja. Ah, was ist das? Das ist diese Tasse. Das ist so weird. Alter, dieses... Boah, das ist so eklig. Ja, vor allem, es kommt hier irgendwie... Ah, okay. Jetzt? Ich weiß nicht, okay. Irgendwas hätte passieren sollen. Aber was kann es passieren? Das kam irgendwie auch von hier. Von dem Spiel, ja. Jo, was ist mit dem Kind eigentlich? Keine Ahnung, was mit dem Kind ist. Eine Ratte? Oder was? Also hat er es irgendwie auch umgegraben, weil er dachte, es wäre eine Ratte oder so? Wahrscheinlich. Ich habe Befürchtungen in der Höhe. Ja. Hä? Warum bedrehe ich mich jetzt automatisch? Gegen der Musik von dem Spielzeug. Das ist nämlich Hops. Alter, was? Bruder. Oh, drehe dich nicht. Das kann ich nicht immer entgegen tun. Er kann't do anything, man. Der dreht sich immer schneller. Äh, ich drehe Pirouetten da. Wuhu. Soll das so, Alter? Ich glaube. Ich drehe wirklich Pirouetten, Digga. Boah. Boah. Ah, jetzt geht's wieder. Damit mir ist schlecht von. Bei Seenast Motion Sickness kriege ich nicht von Motion Sickness. Nein, nicht doch, Mann. Oh, die Teddys. Oh, nein. Die drehen auch Pirouetten. Aber, warte mal. Okay, ist das aufgehört, oder? Ja, sieht so aus. Warum höre ich jetzt? Kinder lachen, weil wir in dem Kinderzimmer sind immer noch, glaube ich. Ist da noch was an den Schränken? Ist nix. Spieluhr? Nicht. Irgendwie eine Schlüssel. Die Teddys. Ey, nee, nicht schon wieder. Hilfe. Boah, das Bild. Digga, ich kann nix dagegen machen. Warum lässt mich das nicht in Ruhe? Was soll ich machen? Mal, wann? Ich mag die Musik. Hm. Silence. Tiddys. Aber, ich, okay, was müssen wir, was ist, was ist Phase? Jetzt kannst du mir einfach so voll, so sunken sind in diesem, äh. Ja. Aber das ist ja auch ein gutes Zeichen, aber. Und nein, ich will da drehen. Warum? Ich drehe Pirouetten. Okay, was muss ich tun? Ich will Unreal Tournament spielen. Okay. Was? Ach, das sehe ich ja jetzt erst. Ist das hier irgendwie. Ist so ein Vorhang oder so, ne? Davor. Kann ich nicht. Kann ich aber auch nix machen, irgendwie. Ich check's grad nicht. Ich auch nicht. Aber irgendwas müssen wir machen, ne? Ja, vielleicht. Oder ist das irgendwo jetzt ne Tür? Ja, ist vorbei, das Game. Ja, gute Nacht. Ja. Ach, geht's hier hinter? Ist hier vielleicht irgendwo was? Ey, das Drehen macht mich wahnsinnig langsam. Ja, ich find das auch nervig. Ist hier irgendwas? Boah, Junge, das. Äh. Ich hoffe, wir passieren was. Ja, aber was? Ich höre auch manchmal so. Äh. Das Bild vielleicht. Ja, ich höre auch nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Bug ist oder so. Nee, aber was müssen wir denn suchen? Ich verstehe gerade nicht. Hier ist noch irgendwie die Wüste. Was ist die? Ich lass mich jetzt mal drehen. Ja, vielleicht müssen wir uns auch einmal drehen lassen oder so. Ich weiß es nicht genau. Es ist mir zu ruhig. Aber es ist irgendwie, da könnte ich auch bei allen schlafen. Vielleicht müssen wir dann irgendwas echt sehen. Drei Sekunden später. Ach. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich wäre es sehr leise. Aber ja. Jetzt ist die Frage. Ah, hier ist was. No. Wie lange hat das jetzt, wie sollte man das finden? Ja, das war jetzt voll random. Wow. Ei, das sind die Puppen wieder. Jungen, was machen die für Pirouetten? Die machen irgendwie so eine Frage. Sieht aber nicht gesund aus. Sieht krass aus auf jeden Fall. Okay, es geht also weiter um diese Teile, ja. Um die Spielsteine. Ich bin mir nicht sicher. Es flüstert hier wieder so weird. Okay. Das Problem an diesem Spielstein ist, die sieht man halt nicht wirklich. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also es geht aber scheinbar immer noch um diese Dinger. Ja. Sieht auch so. Hm. Aber krass, dass das sich verändert. Ah. Höh? Okay. Oh. Das Grabofon wieder. Kann man das noch beschleunigen? Nein. Spiegel. Bücher. Okay. Lass mich rein, wir brauchen wieder eine Münze. Oder? Ja, bestimmt. Aber in dem Raum jetzt auch dann. Denke ich auch, ja. Boah. Den geht mir vor dem Sack. Gänzert. Also fällt mir bald ein Ei aus der Hose, Digga. Ja, okay. Aber. Wo ist es? Boah. Das Spiel, wie wir uns am Ende jetzt nochmal richtig hops nehmen, oder? Ja, das ist... Ey, mit dieser Musik, ich pippe gar nicht aus. Ich bin das eigentlich nicht so schlimm. Ne, du hast es auch wieder auf leise bestimmt. So, ich höre nichts. Doch, das ist doch heute, ich glaube. Ich muss nur sagen, ich fand das Drehen noch viel schlimmer gerade. Ja, okay. Das soll uns ja auch hops nehmen. Aber... Irgendwo muss hier was sein wieder. Aber wo? Das ist aber auch falsch rum, irgendwie. Ey, jetzt soll ich den ganzen Scheiß, diese K... Da ist es. Das musste dir auf den Kopf fallen. Das war nämlich alles umgedreht. Ja, ja, das Bett ist auf dem Kopf und so. Ja. Oh, okay. Okay. Das ist ja... Das ist ja... Okay. Okay. mm-hmm what the fuck okay ah, I believe she plays the eagle above yeah that sounds awesome with this reverb that's crazy with the water yeah, it should be like under water yeah, it should be like under water the ball, the child but the stone okay, that went now luckily yes, it was very clear we thought maybe there is something missing maybe there is something missing there was another ah yes, there was another in the toilet there are some things and it doesn't go and she still lacks? what? no she is okay i think the other what was that? what? the car 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 und hier irgendwo ja was ja supergeil wir brauchen ein haben wir irgendwo schon was gehabt aufgeschrieben wo soll man das jetzt herkriegen weiß es nicht oder ob das derselbe code ist den wir schon mal hatten aber als ob ich noch weiß welcher code das ist ja das ist bestimmt nicht von den ich war es auch für ein bonus oder so ne der tresor wenn extra achievement oder sowas jetzt die küche die küche auf der waage da war was oder war ein bilder drin was genau soll das jetzt bedeuten ich glaube es ist gerade aufgetaucht boah die musik ist krass ja jetzt ist es ja aufgemacht vielleicht kann man es jetzt wegnehmen nein ich meine den stein wegnehmen ach so aufgemacht hast vorher ging es ja immer auf der waage ja ja das war die lösung oh guter punkt ne doch nicht do you understand what's going on aber mir 10,4 die musik ist krass aber gerade bin ich echt verwirrt ob die dinge die hier passieren ja ich auch das die eltern sein vielleicht das ist ja wie mann und frau ja ok was soll uns das jetzt sagen das ist ja das ist auch noch ne das ist nix jetzt ist das haus im ofen ja da ist ein gewicht drin gewesen im ofen ok damit können wir das lösen ok ja 21 wow wow das sieht aus wie so'n 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 Das klingt wie so ein Upright Piano. Bright Piano, genau. Warum ist das hinter uns? Perfekt! Das ist mein Gehirn gerade. Das ist mein Gehirn. Wir sind richtige Gamer. Okay, das war jetzt der letzte Part, oder? Mit dem Finger? Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Oh mein Gott. Da unten liegt noch was auf der Kamera. Ich habe dich gehasst. Ich glaube selbst jetzt noch. Ich könnte noch immer. Ich weiß, wie du dich fühlen musst. Verloren. Alleine. Hoffnungslos. Wahrscheinlich verdienst du das. Das einzige Ding von Wert, das du jemals begehrt hast. Du wirst es nie zu Ende bringen. Ich hab das Gefühl, dieses bringen zu Ende, das stand ja ganz am Anfang. Ja. Das schon irgendwie um dieses Kunstwerk geht. Ja. Und das ist aber irgendwie unmöglich scheint, weil er diese ganzen komischen Ingredienten braucht. Ja, und weil seine Frau ja längst tot ist. Also das wirklich, was er wirklich begehrt hat, kann er ja nie wieder zurückbekommen. Es ist für immer. Er war selber schuld, Herr Dolin, Digga. Ja, er hätte sich als bester Verhalten wollen. Eben. Aber das ist halt jetzt zu spät. Und was mit dem Kind? Ich glaube, das hat er auch Hobbs genommen, oder? Wahrscheinlich hat er das Kind umgebracht und er ist gestorben, weil er sich nicht darum gekümmert hat. Weil da war ja diese Ratte im Bett, in diesem Babybett. Ja, genau. Oder das Kind wurde weggenommen. Vielleicht. Ja, okay. Von der Vorsorge oder so. Wir müssen es nach uns zu geben. Alter, krass. Are you ready? Ja, ich bin ready. Let's fucking go. Oh. Ja. Das ist alles. Sieht gut aus. Ja. Schön. Schön. Ja, die ist echt hübsch. Perfekt. Tja, aber leider... Krass, okay. Also sah sie so danach wahrscheinlich aus, in der Art. Ja, nicht ganz so krass, aber... Aber er hat sie zum Monster gemacht. Ja, weil er sie so behandelt hat. Oh, genau. Jetzt kommt das mit wir hier in den Keller. Alter, krass, das sind die ganzen Versuche. Bruder. Mal gleich aus. Oh, das ist die Musik vom Anfang abgeändert, krass. Ja. Ja. Yo, wir sind wieder im Haus. Kinderzimmer. Nur sieht es diesmal nicht mehr so gut aus hier. Ne, wirklich. Andriu melde, ne? Ein bisschen anders, ne? Wow. Ja. 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 Mit dem Flügel und den Sachen. Ich glaube, wir müssen raus gehen wahrscheinlich, ne? Wow. Wow. Da drehen wir uns wieder. Da drehen wir uns wieder. Wir drehen wieder Pirouetten im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Weil die Spilu da wieder ist. Wir drehen wirklich Pirouetten. Das ist die Spilu-Musik. Das ist ein Traum. Ja. Ja. Ah, krasse Musik. Aber wie es hier aussieht, alter. Ja, das ist schon übel. Einfach komplett, ähm, gut. Demalished. Ja. Küche. Und das. Okay. Wunderbäume. Oh. Hat er vielleicht seine Frau da eingemauert? Ähm, boah. Ja. Können wir vorstellen. Ja. Aber davor war vorher ein Raum drin. Da war vorher ein Lagerraum oder sowas. Ja. Gehen wir jetzt? Oh. Ne. Wow. Okay. Hä? Oder was? Ich kann nicht mehr. Warum drehe ich Pirouetten? Warum drehe ich Pirouetten? Okay. Okay. Jetzt nicht mehr. Okay. Sehr geehrter Herr. Dies ist eine Zahlungserinnerung, da Ihre Zahlung seit dem 26. Januar dieses Jahres überfällig ist. Anbei finden Sie eine Abrichtung für Ihre Unterlagen. Aufgrund Ihres Zahlungsbezugs wurde Ihre Bestellung storniert. Wir bitten Sie, die Zahlung innerhalb der nächsten 7 Tage vorzunehmen. Wenn Sie nicht in der Lage da zu sein, eine vollständige Zahlung zu leisten, bitten wir Sie darum, uns zwecks einer neuen Zahlungsvereinbarung, die für beide Seiten akzeptabel ist, zu kontaktieren. Sollten Sie unserer Forderung nicht nachkommen, sind wir uns dazu gezwungen, rechtliche Schritte gegen Sie zu ergreifen. Mit besten Grüßen, Ronald Wilkins. Okay. Ja moin, wie soll ich denn jetzt einkaufen, wir gehen und meine Pizze annehmen? Ich würde es mir immer noch nicht hinhängen. Okay. Krass. Also. Sind wir da unten richtig gewesen? Wir kommen ja in unseren Künstlern und kommen wir nicht. Wir gehen mal runter zu dem Flügel. Ich habe da irgendwie so eine Eingebung. Aber wir haben ja plötzlich angefangen Pirouetten zu drehen. Äh, ich... Wie kommst du da durch? Oh, sorry guys. Oh. Kommst du da nicht hin? Irgendwie nicht. Okay. Oh, mein Handy sagt Ton erkannt. Das war ich nicht. Aber ich glaube, wir sind wirklich jetzt schon am Ende. Also auch mental natürlich, aber äh... Hier waren doch diese Rattenfallen drin. Ja. Richtig. Wo ist die shit? Ja. Ja, ich... Vielleicht muss ich oben ins Arbeitszimmer. Meinst du? Ja, vielleicht. Äh... Oh, das ist ja der Bauer. Das komische Bild draußen. Warum ist das so? Jetzt bin ich schon wieder am drehen. Ich weiß es nicht. Mental am durchdrehen wahrscheinlich. Im wahrsten Sinne. Genau. Ich gehe einmal hier gucken. Hier war ja unser Arbeitszimmer. Ja. Ob hier irgendwas Phase ist? Oh. Hier ist ein Schlüssel. I see. Liebste Gemahlin. Ich weiß, dass die letzten Monate verheerrende gewesen sind. Ich weiß, dass ich Unterstützender hätte sein sollen. Hm. Ja. Vielleicht abhängig, gell. Ich kann einige der Dinge, die du zu mir gesagt hast, immer noch nicht glauben. Wahrscheinlich war ich einfach nie dazu bestimmt, ein großartiger Ehemann oder Vater zu sein. Ich dachte, dass ich ein großartiger Künstler sein könnte. Aber auch dieser Traum ist ausgeträumt. In seiner Abwesenheit werde ich mein Bestes geben, um dich mit all der Liebe und dem Mitgefühl zu behandeln, die du verdienst. Du bist die Liebe meines Lebens, meine Muse. Du willst diesen Brief niemals lesen. Es tut mir so leid. Leider ein wenig spät, gell. Ja. Hätte er vielleicht mal vorher merken müssen. I'm so sorry. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist es richtig ruhig gerade. Hm. Wow, warum ist das jetzt so laggy, Alter? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sich das Spiel auch ein bisschen abgehängt, ne? Aber komischerweise nur, wenn ich... Debeld. Das ist so strange. Miep ma pop. Hä? Das ist ja echt komisch. Jetzt nicht mehr. Der Schlitz ist für den Künstlerraum. Jo, wahrscheinlich. Damit wir wieder von vorne anfangen können. Oh nein. Aber das wird dann wahrscheinlich das Ende des Spiels sein. Ja, aber... Fehlt die Platte. Das sind... Das Geräusch. Okay. Wie so eine Klingel einfach. Das ist ein schönes Bett. Ja, es war ein schönes Bett. Hier war mal ein Schrank, aber... Ja, der ist auch... Boah, ey. Das ist ja nicht Hops genommen worden hier. Da kann ich auch nicht rein. Ja, das ist sicher für den Künstlerraum. Ja. Macht Sinn. Ja. Ja. Ach du Scheiße. Hier geht's wieder. Hier geht's wieder. Hier geht's wieder. Hier geht's wieder. Kein Bus. Yep. Warum sieht sie jetzt wieder so gut aus? Ach wegen Neustart, ne? Ja, ja. Jo. Ey, Bruder. es ist krass hallo ok jetzt habe ich ja krass da ist wirklich so ein reset jetzt sind ja auch wieder alle zu okay wir müssen noch mal durchspielen kann ja ja mein gott das war krass heftig heftig aber auch super spannend ja so was so wie sich das entwickelt hat auch was mir nicht so gefeiert war dass man wie gesagt manche manche rätsel oder irreversibel waren dass man nicht zurückkehren konnte um die dann doch zu lösen und ein bisschen dieses mit diesen steigen finden gerade fand ich so sehr schwer die zu finden weil es noch sehr dunkel war man die helligkeit wahrscheinlich höher stellen müssen aber dann ist ja die atmosphäre wieder weg ja eben aber wir haben es geschafft alles gut ganz ehrlich und das sind jetzt klein ich keine sonst was ein geiles spiel gewesen ja die musik die atmosphäre das sound design die atmosphäre die story ja aber können wir froh sein dass wir alles normalen kopf sind kann man dann kann man doch dankbar sein kann ich dankbar sein dass man selber das dann dass man selber nichts hat ja klar durch das spiel bin ich jetzt mental abhängig hoffs genommen ihr habt ja mit uns gelitten das game und wie possible without the help of fans ja cooles game leute ja wirklich toll und danke dass ihr uns auch begleitet habt das ja das ist auch das ist schon so hat auch so hoch ich erschreck mich nicht ich hab das an oder du holst dir dann beim nächsten spiel das wir spielen so sind so augen klappen da sind so augen drauf also ja ja oh mein gott bei zwei habe ich mich wirklich erschreckt ich fand immer noch im heftigsten war das in der letzten folge mit diesem kamin wo irgendwas auf land das war tatsächlich in der ersten folge wo die möbel dann angeflogen und jetzt dann einmal wo wir ins dunkel gefallen sind wo sie von der seite kam ja wo ich das einfach rechts gehört habe ja und dann einfach in meinem facebook ja 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 ich hoffe ihr habt auch spaß gehabt mit unseren leiden also jetzt bin ich jetzt bin ich hoffs genommen alles hat sich aber gelohnt definitiv schon krass war schön ja ich hoffe ihr hattet auch spaß da gibt uns gerne feedback also ich weiß ein paar von euch schauen ja zu ich hoffe wie gesagt ihr habt spaß darauf hätte ich jetzt gesagt gehabt und flaus schoß an euch ja gerne eure meinung da ja wir sind schon alle tops genommen worden ja noch nach rente ich war genau wo und auch richtig ist so ist so digga bohr das war ja dieser einen moment dort und dann habe ich darauf gewickelt war es leicht bewegt egal aber trotzdem mega geiles game also es hat genau alexandra genau du hast mir die empfehlung auch gegeben auch von dir kenne ich von alexandra auch genau ich hätte mir das auch empfohlen das ist eine gute idee ja ja du kannst doch die achievements und so machen glaube ich jetzt seht ihr das spiel wieder ja achso nee bitte nicht ich lass mal rausgehen ja raus nicht so wir haben hier natürlich auch hier diese ja genau können wir auch noch machen ich weiß jetzt nicht wie lange das ist ja ich habe jetzt meine frau gebracht dass da wohl auch in die story des sohn ist war das ein tochter oder sohn ich glaube eine tochter ja ja vielleicht auch noch die idee definitiv da wissen wir jetzt nicht genau was da fahren richtig das war noch nicht rausgekriegt aber ja sehr gerne fürs nächste mal ich habe auch noch so ein paar schöne ideen für andere spiele demnächst genau da haben wir noch einige ziel im petto definitiv diese schöne musik schön ja ja auch danke fürs begleiten also wir haben richtig bock drauf und ich hoffe ihr habt auch spaß damit wir freuen uns da bei den einzelnen der da wirklich was positives draus sieht und spaß mit uns hat ja ja definitiv auch wieder da waren genau schauen wir einfach ja bald ist erst mal mein geburtstag und das wird auch schön ja wird ja alles hops genommen wie mehr wurde da können wir uns einfach nur überlegen was wir das spielen werden ja machen macht auf jeden fall immer spaß nicht schön dass du mich mal gesagt ist irgendwann laden wir hier noch zehn leute ein also so gruppenhorror als hat man ja also in dem sinne dankeschön fühlt euch lieb geflauscht und pornöse flauschus an euch und bis zum nächsten mal ist dann